Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder eine kleine Folge aus meiner Videoserie Waste of Mine, World of Warcraft Edition präsentieren. Und zwar wollen wir heute wieder ein bisschen Gold raushauen. Wir hatten ja beim letzten Mal die ganzen Rezepte gekauft von der vierten Season. Und diesmal will ich diese First Crafts quasi einmal durchballern, beziehungsweise bei einigen Berufen gibt es ja dann tatsächlich auch noch T-Mog von. Ähm, ja, auf dem Shami, der jetzt hier Juve hat, gibt es das jetzt eher nicht. Aber die First Crafts will ich natürlich für all the things auch einmal mitnehmen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich habe hier quasi zwei Erstherstellungsboni. Einmal die Halskette und einmal den Ring. Und da habe ich mir jetzt die Mats schon einmal geholt. Die craften wir jetzt beide quasi. Das Ganze hat mich jetzt nicht viel gekostet. 300 Gold, ja. Also, das ist noch relativ marginal. Aber ich denke mal, bei den anderen Rüstungsklassen oder anderen Berufen wird es sich, denke ich mal, schon zusammensummieren. Die Items sind jetzt hier Item Level 451. Leider nicht ganz so hoch, wie ich dachte. Ich dachte ursprünglich, dass das Zeug auf zumindest 463 kommt. So war es nämlich ursprünglich angedacht von Blizzard anscheinend. Und es wäre auch genau das Item Level für ein LFR gewesen. Aber naja, sollte nicht sein. Gut, den ersten Beruf haben wir fertig. Also, Juwe, jetzt gucken wir mal zu den anderen noch weiter. So, als nächstes sind wir beim Hexenmeister. Jetzt muss ich mal gucken, weil der hat gar nicht mehr so viel Gold hier rumliegen, ob das reicht. Ich zeige euch mal, wie ich das mit dem Addon mache. Da kann ich nämlich hier schön die Sachen alle einmal tracken, was ich herstellen will. Und dann zählt mir das die Matz zusammen. Vor allem, wenn das viele ähnliche Matz sind, dann ist das gar nicht so schlecht. Dann habe ich jetzt hier das komplett zusammengezählt. Dann kann ich jetzt das Zeug zum Beispiel kaufen. Ich brauche jetzt 54 von dem Faden. Von dem anderen habe ich sogar noch genug. Und das finde ich immer ein bisschen angenehmer. Gut, jetzt, ich sage mal so, bei dem hätte man es auch aus dem Kopf zusammenzählen können. Oft ist es aber, man stellt Sachen her, die brauchen alle 5, 6, 7, 8 Schichten. Manche sind dann die gleichen, andere sind halt unterschiedlich. Und, dass du da durchblickst... Warte mal, das ist jetzt der falsche Beruf. Hier, Schneider. Ersterstellungsbonus. Gucken wir mal. Ich muss hier wieder... Ah, ich bin beim VZ-Typen, ich muss da rüber. Einmal zum Schneidertisch. So. Die Dinger können wir dann theoretisch auch gleich mit dem Hexer anlegen, ne. Der hat zwar besseres Gear, also ich könnte es auch jetzt auf den Twink schicken, aber... Irgendwann so. Da muss ich dann nochmal gucken, wer das braucht und hin und her. Also, ich glaube, das lernen wir jetzt einfach mit dem, wenn gut ist. Notstellig ist dann halt nochmal her. So teuer sind die Sachen jetzt tatsächlich nicht. So, dann haben wir einige Ersterstellungsbonus. Und wir haben jetzt hier 10.769 plus diese 300 vom Juve. Muss ich mal gucken, ob die Sachen sogar besser sind, als was der anhat. Ähm... Ne, tatsächlich nicht. Also, ich habe jetzt kein Super-Duper-Gear, aber zumindest mehr, ne. Oder ist irgendwas schlechter? Ne, ne. Haben wir zumindest schon mal 11k fürs Craften rausgehauen. Jetzt gucken wir mal, was da noch zusammenkommt. Ich habe noch einen Inji-Char. Und, ähm... Dann haben wir noch Juve. Ne, Juve hatten wir. Inji haben wir noch. Äh, Schmiedekunst. Lederer haben wir noch. Genau. Dann haben wir als nächstes Inji. Und da habe ich mir jetzt auch schon, ähm... Das rausgesucht, was ich zusammencraften muss. Also, ich brauche, äh... Vier Inji-Brillen quasi. Die sind auch einmal für jede Rüstungsklasse. Und du brauchst auch Inji, um die Dinger einmal quasi lernen zu können fürs T-Mog. Bedeutet für mich, ähm... Ich muss mal gucken, wo ich noch einen Inji-Char rumlegen habe, dass ich die Dinger halt auch lernen kann, ne. Also, das werden wir jetzt dann gleich nochmal schauen. Und ja. Aber zum Craften gucken wir jetzt erstmal, was wir ausgeben müssen. Aber das scheint jetzt nicht so viel zu sein, oder? Was haben wir da jetzt rausgehauen? Vierinhalb, ne. Knappe fünf. Gut, jetzt bauen wir den Spaß mal. Achso. Broschkasten ist wahrscheinlich auf Abklingzeit gerade. Hier einmal hin. Also mit dem Add-on ist schon praktisch, wie wir jetzt gesehen. Da kann man schon relativ easy das zusammenkaufen. Verzählt sich dann auch nicht, ne. Also ich weiß nicht, ob ihr dann auch so seid, dass ihr euch, wenn ihr mehr kauft, dann irgendwo verzählt habt. Dann müsst ihr nochmal ins Auktionshaus. Das ist halt immer nervig. Das sparst du damit halt so ein bisschen. Und dann können wir jetzt gleich mal gucken. Also das Plattenteil können wir gleich lernen. Und die anderen, die schicken wir jetzt dann mal zu den verschiedenen Twinks noch. Und dann lerne ich die da. Mal gucken, mit wem ich nur Inji habe. Da muss ich mal noch ein bisschen informieren. Okay, da habe ich schon was Besseres. Also das brauchen wir eigentlich nicht. So, also jetzt bin ich auf Main noch gelockt. Mit Leder und Kette und Platte. Also da kann man einiges herstellen. Dann tun wir die jetzt hier alle einmal mittracken, die Sachen, hätte ich gesagt. Da wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr zusammenkommen. Schätze ich jetzt mal. Und aber auf Main habe ich jetzt das Gold letztens ein bisschen zusammengeschickt. Habe ja meine Chars mal aufgeräumt, ne. Und auch einiges verkauft. Da sind wir jetzt wieder ganz, ganz gut bestückt, was zumindest das Gold angeht. Also ich denke mal, da dürften wir keine Probleme kriegen. Okay, ja gut, hier brauchst du nur immer die Barren, ne. Also Schmied ist da relativ easy. Ich finde es aber echt richtig schade, dass das nur 451 ist, ne. Das bringt mir jetzt, ähm, auf den gesehen nicht so viel. So, jetzt für diese Menge lohnt es sich dann halt schon hier ein bisschen. Okay, das ist ausgenullt. Also dann holen wir uns jetzt hier 48. Dann hiervon brauchen wir 32. Dann haben wir jetzt hier nochmal 32. Dann haben wir hier 8K. Auch nochmal 8. Dann 16. Dann da brauchen wir 8 Stück. Also ohne ist Add-on, ne. Wenn ich das jetzt alles im Kopf irgendwie oder einzeln in meinem Beruf nachschauen, wieder kaufen, das, also da ist es schon richtig praktisch für, also muss ich echt sagen. So, dann 8. Und hier brauchen wir nochmal 165. Komm, da kaufen wir die 165. Gut, was haben wir jetzt hier ausgegeben? 28.000. Oh, mir fällt gerade ein, dass ich beim Inji jetzt nicht genau geguckt habe. Ich glaube, das waren 2K beim Inji, ne. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber jetzt sagen wir einfach mal, das waren 2K beim Inji. Ähm, dann haben wir jetzt 28 plus 2 sind 30. Dann wären es 41 für die First Crafts, ne. Also, ja. Gut, jetzt basteln wir mal das Ganze zusammen. Halt, nehmen wir, nehmen wir mal hier den Drachen, also ein bisschen schneller. Und ich habe mir überlegt, dass ich das jetzt mal auf irgendeinen Twink schicke, der das Gear auch noch so halbwegs brauen kann. Weil klar, ich könnte jetzt die Ledersachen auch mit dem Main anlegen. Ähm, aber dann wären sie halt komplett für die Cuts. Und die anderen Sachen muss ich eh wegschicken. Dann kann ich sie ja zumindest auf einen Char schicken, der noch irgendwas damit anfangen kann. Warte mal, schick, tun wir mal das ganze T-Mock-Zeug, was ich nochmal Hafer kaufen muss. Mal ein bisschen wegschieben. Oder nicht durcheinander kommen. So, dann crafteln wir nochmal alles. Also, es ging jetzt, ne. Für die Rezepte habe ich ja insgesamt ein bisschen über 200k ausgegeben. Aber es ist halt mit jeder Season so, dass wieder hier diese neuen Rezepte reinkommen mit höherem Item-Level. Ähm, einer neuen ID. Ich denke mal, das Aussehen ist ja dasselbe. Das sind halt immer wieder die gleichen PvP-Items. Und die sind meistens halt nicht schlecht für Grundgear, ne. Weil du die halt einfach craften kannst. Also, Hersteller kosten so 1000 Gold rum. Kannst du so gut wie auf jedem Slot craften. Auch Ringe, Trinkets. Das Einzige, was halt nicht dabei ist, ist eine Waffe. Aber du kannst ja halt ein Komplettgear theoretisch für 9 Char craften. Was halt 451er Item-Level jetzt ist. Ist nicht verkehrt, würde ich mal sagen. Ist nicht verkehrt. So, dann craften wir jetzt hier noch das Plattenzeig. Also wieder Ersterstellungsbonus. Und dann suche ich mir halt noch irgendeinen Charme mit halbwegs niedrigem Gier, ne. Wo es halt wie gesagt Sinn macht. Also einmal Platte, Kette und Leder. Und dann lernen wir den ganzen Spaß noch. Und dann sind wir zumindest damit durch. Okay, anscheinend habe ich mich irgendwo, habe ich eins von den Dingern zweimal angeklickt. So wie es aussieht. Ah ne, doch, da ist noch eins. Hat doch gepasst. So, dann müssten wir jetzt alle Ersterstellungsbonus haben. Wunderbar. Und ja, dann gucke ich mal, wo ich jetzt noch irgendeinen Low-Level-Char habe. Also vom Gier her zumindest. So, ich habe jetzt noch einen Twink auf dem zweiten Account gefunden, der nicht so viel Gier hat. Ich habe, das ist bloß ein Horden-Char, ne. Vielleicht so als Tipp nebenbei. Ähm, man kann ja in Instanzen, kann man quasi Items traden zwischen Horde und Allianz, ne. Und jetzt habe ich mich schnell hier in Dalaran, ne. Mit Dalaran-Ruhestein geht es immer schnell. Irgendeinen LFR hier in Legion angemeldet. Und da kann ich traden. Das ist halt dumm. Ne, ich war mit beiden Chars eben in Waldracken gestanden. Konnte die Sachen nicht hin und her traden. Weil die halt unterschiedliche Fraktionen sind. Aber so funktioniert es halt. Jetzt können wir die Sachen mit dem Druid hier anlegen. Gut, der braucht jetzt auch nicht alles. Aber, wobei ist das eine Item-Level höher, ne. Aber der hat halt jetzt von den Chars im Schnitt noch so das niedrigste Grund-Item-Level, ne. Die anderen waren alle schon höher. Er kann vielleicht zumindest nur ein paar Sachen brauchen. Zum Beispiel die Schuhe waren relativ niedrig. Oder zumindest noch ein bisschen was von. Gut. Ja, mal gucken. War irgendwas noch höher als das? Ja gut, die Schultern sind 500er Item-Level. Kopf. Ah gut. Zumindest ein bisschen was hat er da bloß gemacht, ne. Also haben wir jetzt schon mal die Kettensachen mit weg. Und dann müssen wir jetzt noch einen Platten und einen Ketten, äh, einen Leder haben wir jetzt weg. Ketten und einen Plattenschaum muss ich noch finden. Übrigens das Add-on, was ich da habe, das wurde im Stream jetzt auch gerade gefuckt. Das heißt Profession Shopping List. Und anscheinend kann man das sogar auch ins Auktionier mit übernehmen. Dann muss man nicht mal mehr die Sachen eintragen. Dann soll das noch ein bisschen einfacher sein. Da muss ich aber sagen, crafte ich zu selten was. Das habe ich gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Da muss ich selber mal gucken, wie das funktioniert. So, dala. Jetzt haben wir den nächsten. Hier habe ich noch einen Shami gefunden. Das ist aber auch wieder ein Horden-Char. Oh, halt. Nicht das Plattenzeug. Wir wollen das Kettengedönse rüber traden. Zeug. Ich habe da so ein bisschen gemerkt, mittlerweile die Chars haben alle eigentlich schon ein gewisses Grund-Item-Level, ne. Weil ich mit denen ja LFR und Konsorten laufe. Und seht ihr, also das wird jetzt auch nicht viel bringen, tatsächlich. Aber, ja. Bevor ich jetzt da irgendwie bei jedem Chart gucke. Können wir da gucken. Ah, Schoko. Vielen Dank für die Bits. So, das legen wir jetzt mal alles an. Dann schauen wir mal die meisten Sachen. Gut, die sind alle... Äh... Item-Level. Ja, das war zumindest ein bisschen höher. Ja, wobei die Hände, ne. Die können wir nicht, ne. Okay. Gut, dann hätten wir jetzt den Ketten-Char auch. Dann brauchen wir jetzt nur noch Platte. Und dann haben wir es eigentlich. Gut, dann habe ich jetzt noch einen Platten-Char gefunden. Dem geben wir jetzt das ganze Platten-Gedönse noch. So, okay. Müssten wir eigentlich alles durchhaben. Schauen wir mal, was hat der für ein Item-Level für 39. Ah ja, ein bisschen was macht er damit, denke ich mal, plus, ne. Ein paar Items. Aber das war jetzt der lauste, den ich noch auf dem zweiten Account hatte. Mittlerweile mit diesem ganzen Time-Walker-Gedönse kriegst du natürlich schon ein bisschen Grundgier. Hä? Wo hat's das jetzt? Ach, verdammte Schitte. Ich habe ein Kettenteil jetzt, äh, eingelegt. Ach, Kacke. Jetzt muss ich das nochmal craften. Ach, ich habe nicht aufgepasst, ne. Ich sag's euch. Einmal nicht aufgepasst und schon ist so weit. Ja, Kacke. Jetzt muss ich das nochmal neu bauen. Oder ich kaufe mir das geschwindet mit irgendeinem Kettenschar. Aha. Ach, mischt aber auch. Na, jetzt hauen wir erstmal den ganzen Mist wieder weg. Also das war ja, vom Item-Level ist ja niedriger. So schnell ist es passiert. Na, blöd. Na gut, dann gucken wir jetzt nochmal. So, jetzt habe ich den Fehler ausgemerzt, indem ich mir einfach nochmal das gleiche gecraftet habe. Hat jetzt nicht viel gekostet. Ich hatte eh noch ein paar Matts über. Und, äh, jetzt hoffentlich klappt das, so wie ich mir das vorstelle. Also das lernen wir jetzt. Ach, schauen wir. Das war sogar noch besser. Das ist das, was ich mit dem Char hatte. Na wunderbar. Und, ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müsste ich eigentlich die ganzen Teile haben. Jetzt scannen wir mal und schauen, ob ich irgendwas verbaselt habe. So, jetzt habe ich einmal durchgescannt. Und wie ihr seht, ist hier in Transmog-Tab nichts drin, ne? Also da haben wir jetzt alles. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir weiter. So, Udala. Als nächstes bin ich hier einmal auf Ereda, auf meinem Hordenschar. Und zwar habe ich da jetzt wieder einen gefunden, der auf meine Briefe geantwortet hatte, die ich vor ein paar Wochen geschrieben habe. Und, ähm, der hat ein paar removede Items. Und jetzt mal gucken, äh, ob wir da ins Geschäft kommen. Er meinte, äh, er hat zwei. Hat der nicht noch ein Lederteil? Okay, also das hat er. Okay, dann gebe ich ihm jetzt hier mal, also er hat ein 250k gesagt. Für den Spaß. Und dann muss ich mal noch gucken. Ähm, er hatte eigentlich noch ein Lederteil, was er meinte. Oder das war jetzt, ähm, Platzers, die Silk. Okay, also das können wir jetzt dann gleich nochmal eintragen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob er noch eins hat auf meinem Hordenschar. So, dolla. Er hat, glaube ich, jetzt noch ein Item gefunden. Ah, genau, hier die Schultern. Da zahle ich jetzt halt nochmal eine Viertelmillion für. Das sind halt jetzt die letzten paar, die mir tatsächlich noch fehlen. So. Dann haben wir hier schon zwei. Das andere habe ich jetzt gerade noch weggeschickt. Ähm, jetzt können wir das hier direkt einmal lernen, hätte ich gesagt. Und das Stoffteil müssen wir dann halt mit einem anderen Schal lernen. Jetzt tragen wir das auch mal ein. Wo habe ich meine Lüchte? Also. Hier unten haben wir das Teil. Das können wir schon mal rauskegeln. Weg damit. Und dann tragen wir es hier ein mit 250.000. Und ja, wenn ich umgelockt bin, dann lernen wir das andere. Dann tragen wir das auch noch ein. So, dann bin ich jetzt auf Magier. Und da haben wir das eine Item, was wir vorhin gekauft haben. So, Stoff. Das legen wir einmal an. Und dann können wir das auch noch austragen, wenn es denn nicht rumbacken würde. So, jetzt aber. Und, ähm, dann haben wir das hier. Also, das haben wir auch für 250.000 gekauft. Und das schmeißen wir einmal raus aus der Liste. Und dann wird die wieder ein bisschen kürzer. Jetzt sind es nur insgesamt 68 Items, die ich auf der Liste habe. Natürlich kann es, ne, sein, dass es noch vielleicht das eine oder andere Removete gibt, das ich jetzt hier nicht auf dem Schirm habe. Wobei, ähm, dann ist es sowieso nicht im Auktionshaus. Weil, äh, ne, ich habe ja hier das mit den Items abgeglichen, die aktuell noch im Auktionshaus sind. Und, ähm, davon sind eh nur 24 drin, ne. Teilweise sind sogar noch weniger drin. Also, manche von den Items sind dann ein paar Wochen lang wieder nicht drin. Dann stellt anscheinend die Person, diese hat, wieder ein. Also, das ist dann immer so nur temporär drin, der Stuff. Gut, dann würde ich sagen, guck mal weiter. Äh, als nächstes bin ich auf Strull unterwegs. Und da habe ich mir einmal ein T3-Teil gekauft. Und zwar die Schulterpolster des verseuchten Herzens. Und ja, das sind einmal die T3-Schultern vom Hexenmeister. Ähm, ich habe das für einen Priester gekauft, aber es ist relativ egal, ne. Die, es zählt quasi nur die Rüstungsklasse in dem Fall. Und das hat mich gekostet 367.000. Das ist jetzt mein vorletztes T3-Teil. Und jetzt brauche ich quasi nur noch ein einziges. Das ist, glaube ich, auch ein Hexer-Teil. Und dann habe ich alle T3-Sachen fertig, ne. Dann fehlen noch ein paar Wappenröcke aus dem Black Market. Aber aktuell ist es tatsächlich nicht mehr sonderlich viel. Dann können wir das Ding gleich nochmal eintragen. Also das haben wir gesagt 367. Hier. 367. Jetzt haben wir schon wieder 900k rausgehauen, ne. Geht schneller, als man schauen kann. Naja gut, aber das war jetzt wichtig, das Teil. Und mal gucken, wie lange es dauert, bis dann dementsprechend das nächste am Start ist, ne. Also, das wird dann, ja. Ich glaube, Brust ist es noch, was ich brauche beim Hexenmeister. Vielleicht kriege ich auch vorher ein Wappenrock. Mal gucken. Als nächstes sind wir dann auf Shogal unterwegs. Das ist ein französischer Server. Und hier habe ich das letzte Raid-Item, was mir noch fehlt, gefunden. Und zwar einmal Mantel der gefrorenen Klaue. Das ist einmal hier für 300.000 drin. Eigentlich wollte ich nicht so viel ausgeben, aber ich habe jetzt seit ein paar Wochen geguckt. Und, naja, das ist das letzte Teil. Hauen wir mal hier 300k rein. Und ja, das muss ich dann noch auf einen Ketten-Char am besten rüber traden. Muss ich mal schauen. Jetzt handeln wir das erstmal Main. Und dann gucke ich mal, zu welchem ich das rüber schicke. Dann kann ich es nämlich eventuell noch in den Katalysator packen und ein weiteres T-Mock zu bekommen. So, also, ich würde sagen... Das schicken wir zum Shami, oder? Mit dem müssten wir das auf jeden Fall lernen können. Warte mal, vorher tue ich es vielleicht noch einmal hier in die Liste eintragen. Und dann schicken wir das Ganze rüber. So. So, Dola. Also, halt, stopp. Wir müssen es jetzt erstmal lernen. Also, das Ding legen wir einmal an. Dann tragen wir das jetzt mal kurz in die Liste ein. Was, beziehungsweise aus der Liste aus. Also, hier seht ihr... Gut, das hätten wir jetzt zu suchen brauchen. Das ist jetzt quasi das letzte Item. Was mir noch fehlt aus dem Vault, beziehungsweise allgemein aus Raids. Und jetzt fehlt mir, was ingame noch verfügbar ist. Nur noch ein Teil und zwei Gefechtskeule. Die ist aber aktuell nur für über eine Million drin. Also, da müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden. Und ja, jetzt sind es noch 67 Items. Also, 66 Removede und 1 In-Game. So, dann tragen wir das jetzt hier ein. Also, 300k waren das. Also, haben wir jetzt ein bisschen über die Millionen rüber geschossen. Sind wir bei 1.2008.000. Okay, so viel dazu. Dann packen wir das jetzt auch noch in den Katalysator. Und kriegen hier ein Teil vom Shami-Set. Und zwar die Schultern. Na gut, klar. Wenn wir Schulter reinpacken, kriegen wir Schultern. So. Aber das kann ich dann wieder weghauen, weil mittlerweile haben wir ja schon ein wesentlich höheres Item-Level. Gibt es was Falsches? Ah, Moment. Äh, warum habe ich denn da so ein lowes Teil an? Das ist sogar, das ist tatsächlich sogar besser. Ist das weird? Okay, man könnte sich auch das aktuelle PvP-Dier kaufen. Das, weiß ich nicht, was ist das für ein Item-Level? Ich glaube, für 51 oder 54. Aber okay. Äh, das können wir jetzt tatsächlich sogar anlassen. Interesting. Guti, damit sind wir aber tatsächlich durch. Mit dem kleinen, äh, Waste-Video. Hat mir gefällt, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, solltet ihr gerne auch nächstes Mal wieder rein. Eutela, bis dahin. Ciao.